Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, liebe Frau Laie, man merkt bei Ihrem Antrag mal wieder, dass die Linke ganz offensichtlich immer noch im Gestern liegt. Hätten Sie sich nämlich dem Koalitionsvertrag einmal genau angeschaut, hätten Sie festgestellt, dass wir dort sehr viele, sehr gute, sehr richtige Punkte vereinbart haben, um Mieter besser zu schützen und auch etwas zu tun, um nachhaltig gegen steigende Mieten vorzugehen. Also insofern ist Ihr Antrag hier sowieso schon mal überholt. Und was es eigentlich noch schlimmer macht, er ist in der Sache auch grundverkehrt. Und der Grund, warum dieser Antrag so grundverkehrt ist, das liegt daran, dass Sie immer noch in Ihrem klassenkämpferischen Denken festhalten. Sie zeichnen hier immer noch das Bild des Bösen, des renditegierigen Kapitalistenvermieters, der arme und schwache Vermieter ausbeutet. Sie sehen mit Ihrem Antrag Zwietracht zwischen Vermietern und Mietern, wenn Sie zum Beispiel schreiben, dass ein Großteil der Vermieter sich nicht an das Gesetz halten würde und die Mietpreisbremse pressen würde. Das alles geht völlig an der Realität vorbei. Zwei Drittel der Wohnungen in unserem Land, die werden von privaten Kleinvermietern gestellt. Das sind nicht die großen Gesellschaften, das sind nicht die Heuschrecken, sondern das ist der Handwerker, der so Mitte 50 ist, der lange gespart hat, darauf gespart hat, sich eine kleine Wohnung zuzulegen als Altersvorsorge und der die meistens immer noch abbezahlt. Und diese Menschen, die nehmen Rücksicht auf ihre Miete, die haben in aller Regel auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Mietern und, meine Damen und Herren, die halten sich auch an das Gesetz. Und deswegen finde ich das unverschämt, wenn Sie diese Menschen mit Ihrem Antrag hier diskreditieren wollen. Und dieses verquere Bild, was Sie von Vermietern in unserem Land haben, das führt leider dann auch zu völlig verqueren und zu abstrusen Forderungen. Wenn ich zum Beispiel das umfassende Auskunftsrecht nehme, was Sie jetzt hier fordern, danach muss ein Vermieter gleich am Anfang detaillierte Informationen geben, wie sich die Miethöhe genau zusammensetzt. Und das führt dann sogar zu einem Einsichtsrecht für die Belege, was vor Beginn des Vertragsverhältnisses gelten soll. Also im Prinzip, wo ich einem Fremden, mit dem ich noch in gar keiner vertraglichen Beziehung bin, schon meine Kontoauszüge zeigen muss, so schreiben Sie das in Ihrem Hand, meine Kontoauszüge zeigen muss, wo ein Recht auf Belegeinsicht verankert werden soll. Es fehlt eigentlich nur noch, dass Sie den potenziellen Mietern das Recht geben wollen, die Wohnung des Vermieters dann auch noch durchsuchen. Und wenn er das nicht freiwillig macht, dann am besten auch noch mit Hilfe der Polizei durchzusetzen. Das ist wunderbar geeignet, um gleich am Anfang ein harmonisches Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter herzustellen. Das, meine Damen und Herren von den Linken, werden wir so nicht mitmachen. Sie merken also, die Linke argumentiert ja mir wieder völlig an der Realität vorbei. Der Antrag, der wird dann auch zum Scheiten verurteilt sein. Das kann ich hier schon prophezeien. Der einzige Punkt, wo Sie recht haben, da ist natürlich schon was dran. Wir wollen mehr Transparenz an dieser Stelle schaffen. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag, Sie hätten ja nur einmal lesen müssen, in den Konstellationen, wo ein Vermieter sich auf die Ausnahme von der Mietpreisbremse beruft, dass die Vormiete höher gewesen ist, dass wir dann sagen, dann ist es auch richtig, dass er diese Vormiete dann tatsächlich auch offenlegt, dass er sagt, wie hoch war die denn? Das ist keine Überforderung des Vermieters, sondern das ist letztlich etwas, was leicht und auch unbürokratisch möglich ist. Und deswegen werden wir das auch so machen. Was wir aber nicht machen werden, was Sie hier fordern, die Rügepflicht abschaffen. Und wir werden auch nicht sagen, dass es einen Rückzahlungsanspruch für zu viel gezahlte Miete ab dem Mietbeginn geben muss. Das muss man nochmal betonen. Nochmal. Es geht hier um private Kleinvermieter. Die haben keine Rechtsabteilung im Hintergrund, die errechnen kann bis auf Euro und Cent, wie denn genau die ortsübliche Vergleichsmiete ist und das dann genau machen können. Sondern da ist es dann in diesen Konstellationen notwendig, dass man tatsächlich die Rüge hat, dass der Vermieter darauf hingewiesen wird, dass da möglicherweise etwas nochmal nachgerechnet werden muss, dass Sie sich darauf einstellen können. Was Sie hier machen, die Rügepflicht abschaffen und dann einen Rückzahlungsanspruch möglicherweise nach Ende des Mietverhältnisses drei Jahre zurückwirken, das ist eine komplette einseitige Risikoverlagerung auf den Vermietern, weil erhebliche Rückforderungsansprüche, die Ihnen in wirtschaftliche Bedrängnis bringen können, hinterher die Folge sind. Und deswegen werden wir an dieser Stelle das auch nicht so mitgeben. Bei der Rügepflicht, bei der Rügepflicht machen wir aber eins, weil wir natürlich sehen, das ist auch für Mieter an der einen oder anderen Stelle nicht einfach zu sagen, was ist denn die ortsübliche Vergleichsmiete und wenn Sie da Zweifel haben, müssen Sie jetzt qualifiziert rügen, müssen Sie Tatsachen vortragen, auf denen sich Ihre Rüge zusammensetzt. Das wollen wir senken, diese Hürde. Wir sollen zukünftig das so gestalten, dass eine einfache Rüge ausreicht. Das soll nicht ein pauschales Bestreiten, und es soll auch keine Beweislastumkehr sein. Aber wir wollen diese Hürde senken, wollen es Mietern leichter machen, sich gegen überhöhte Mieten zu werden. Und deswegen werden wir das klarstellen im Gesetz, dass es dort bei der Rügepflicht keine überspannten Anforderungen gibt. Ich möchte an der Stelle noch mal auf einen Punkt, Frau Lay, den Sie gesagt haben, und zwar wieder besseren Wissens gesagt haben, aufräumen, dass es hier keine Sanktionen gegen Vermieter geben würde. Das ist einfach nicht richtig. Der unredliche Vermieter, der bewusst eine falsche Vormiete angibt, der bewusst täuscht darüber, dass hier modernisiert worden ist, die Wohnung, der begeht einen Betrug, einen glasklaren Betrug. Und jetzt sagen Sie nicht, dass es dort keine Sanktionen gibt, sondern selbstverständlich gibt es dort Sanktionen, sogar die schärfste Sanktion, die wir als Staat ergreifen können, nämlich das Strafrecht. Das ist strafbar. Und deswegen hören Sie jetzt auf, mit diesen falschen Tatsachen, die Sie behaupten, Stimmung zu machen gegen Vermieter. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist unredlich, wie Sie hier argumentieren. Und jetzt kommen Sie wieder, jetzt kommen Sie wieder mit Ihren Argumenten, man müsse die Ausnahmen von der Mietpreisbremse abschaffen. Das ist ja wirklich täglich, wo ist das Murmelt hier? Sie in jedem Antrag fordern Sie das. Und in jedem Antrag müssen wir Ihnen erwidern, jede von diesen Ausnahmen, die sind wohlerwogen und die sind auch in der Sache richtig. Das gilt für die Vormiete, dass die höher sein muss. Das ist eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit, weil wir hier einen Bestandsschutz gewährleisten müssen. Das gilt auch für die Ausnahme der umfassenden Modernisierung, weil wir wollen, dass Wohnungen energetisch saniert werden, weil wir wollen, dass Wohnungen altersgerecht umgebaut werden, weil wir eben in einer älter werdenden Gesellschaft leben. 2030 werden 6 Millionen Menschen in unserem Land über 80 Jahre alt sein. Die brauchen sanierte Wohnungen, altersgerecht umgebaute Wohnungen, weil sie sonst nicht mehr in ihre Wohnung kommen, weil keine Fahrstunde mehr da ist, weil sie ihr Bad nicht mehr benutzen können. Und deswegen sind diese Ausnahmen von der Mietpreisbremse wohlerwogen, berechtigt, weil wir diese gesamtgesellschaftlichen Ziele, Klimaschutz und altersgerechten Umbau, das brauchen wir und deswegen werden wir die Ausnahmen hier auch beibehalten, meine Damen und Herren. Unter dem Strich ist aber die ganze Diskussion um die Mietpreisbremse und deswegen werden wir sie auch evaluieren. Deswegen werden wir uns das anschauen, was sagt das Bundesverfassungsgericht ja so, dass wir damit nicht die Ursachen bekämpfen, sondern nur an den Symptomen herumdoktern. Ich habe jetzt hier gerade in Berlin vor einigen Wochen von einem Fall gehört, da haben sich auf eine Wohnung 1.400 Menschen beworben. Auf eine Wohnung 1.400 Menschen. Am Ende, da können Sie die Mietpreisbremse noch so sehr verschärfen, wie Sie das wollen, am Ende gehen 1.399 Menschen nach Hause, ohne eine Wohnung zu haben. Da nützt die Mietpreisbremse überhaupt nichts. Die Mietpreisbremse löst das Problem, weil sie an die Ursachen nicht herangeht. Und deswegen ist das, was wir brauchen, mehr Wohnungsbau in unserem Land. Und deswegen machen wir das auch in unserem Koalitionsvertrag. Eine Wohnungsbau-Offensive. 1,5 Millionen Wohnungen, die wir in den nächsten vier Jahren bauen wollen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Das packen wir an, indem wir 2 Milliarden Euro in die soziale Wohnraumförderung stecken, indem wir eine Sonder-AFA für den frei finanzierten Wohnungsbau machen, indem wir Bauland mobilisieren, indem wir auch überflüssige Vorschriften abschaffen werden, die Bauern teuer machen. Nur so werden wir das Problem steigender Mieten nachhaltig bekämpfen. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Und Sie sind auf dem Holzweg, meine Damen und Herren. Wir haben noch viel mehr im Koalitionsvertrag. Da wird mein Kollege Alexander Hoffmann noch eins sagen. Ich will am Ende nur noch einen Punkt noch mal aufgreifen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Sie die Mietpreisbremse überhaupt hier wollen. Wenn ich mir Ihren Antrag so anschaue, dann fordern Sie unter anderem, dass man die zulässige Höchstmiete zukünftig festsetzen soll. Festsetzen soll. Das ist im Kern eine Abschaffung der Mietpreisbremse. Und zwar die Abschaffung der Mietpreisbremse zugunsten eines staatlich regulierten Mietwohnungsmarktes. Das ist Sozialismus, meine Damen und Herren. Das ist schlecht. Da haben die Menschen gemerkt, dass 1981, wohin das führt, das wird es mit uns niemals geben, meine Damen und Herren. Dankeschön. Nächste Rednerin ist Uli Nissen für die SPD. Vielen Dank.